Es scheinen provokante Thesen zu sein, die Gabi Weber vertritt. Ich habe mit Frau Weber gesprochen und sie als erstes gefragt, ob das alles nicht ein bisschen zu sehr nach Verschwörungstheorie klingt oder ob da vielleicht doch mehr dahinter ist. Also ich versuche seit Jahren in verschiedenen Archiven der Welt an diese Sachen heranzukommen und es sind ja einige Dinge auch schon herausgekommen. Also im Raum steht die These des Mossad und der Mossad behauptet dies in mehreren Büchern, dass der Mossad im Mai 1960 Eichmann den Nazi-Kriegsverbrecher Ausborn aus Ayres entführt hat und zwar wegen der Gerechtigkeit und ihn dann nach Israel gebracht hat. Das war so nicht geschehen. Soweit kann man das schon sagen. Die Einzelheiten, die weiß ich auch alle noch nicht. Aber darüber redet man auch nicht und jedes Mal, wenn ich nachfrage, dann kommt plötzlich das Totschlagsargument Staatsgeheimnis und dann gehen die Akten alle zu. Jetzt werden Sie ja verschiedene Ansatzpunkte haben. Also wir haben in dem Beitrag gerade gehört, es gab sowas wie eine frühzeitige Abmeldung von der Sozialversicherung von Eichmann. Was gibt es noch für Anhaltspunkte, die Sie haben, wo Sie sagen, das ist eine andere Geschichte, die man eigentlich erzählen muss? Also die Frage ist, was ist halt damals 1960 passiert? Das war das Jahr, in dem nachweislich Argentinien mit der Lieferung von Uran im großen Maßstab an Israel begonnen hat. Und zwar die erste Lieferung, sechs Tonnen von Yellow Cake über die Bundesrepublik, genau genommen über die Firma Nukem. Das war aber auch das Jahr, in dem die Kriegsverbrechen zum Teil schon verjährt waren. Damals galten ja noch die Verjährungsfristen von 20 Jahren bei Mord und 15 Jahre bei Beihilfe zum Mord. Und es gab in der Bonner Bundesregierung, aber auch in den Chefetagen der großen Konzerne und vor allem auch im Bundesnachrichtendienst in Pullach, gab es eben zahlreiche Leute, die bei der SS war, beim SD die Kriegsverbrechen begangen haben sollen. Ich sag mal sollen, weil es ist ja bis heute niemals aufgeklärt worden, was da wirklich passiert ist. Und diese Verfahren drohten dann zu verjähren. Und auf der anderen Seite saß Eichmann in Argentinien. Er hat Interviews gegeben ab 1957, 1958 dem niederländischen Kriegsverbrecher Willem Sassen. Das war ein guter Bekannter von Henry Nannen vom Stern, der seinerseits ja auch bei der SS-Propagandastaffel gewesen ist. Und es wussten ganz viele Leute, dass Eichmann in Argentinien sitzt und sich verteidigt gegen den Vorwurf des Kriegsverbrechens. Also das war bekannt, es war mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Und das war natürlich etlichen Leuten nicht nur in Bonn nicht recht, sondern es war auch vielen Leuten in Washington gar nicht recht. Was heißt das? Wer hat denn dann möglicherweise Eichmann entführt, wenn Sie eine These formulieren müssten? Also ich halte mich mal an die Fakten. Ich habe das, ein Fakt, er wurde am 12. Mai 1960, also einen Tag nach seinem Verschwinden, wurde er abgemeldet von der Sozialversicherung. Das war der Chef von Mercedes-Benz, Hermosetti. Und der war seinerseits Standard Oil Vertreter während des Krieges und amerikanischer Staatsbürger. Das sind die Fakten, die mich daran zweifeln lassen, dass das, was der Mossad so gerne in der Öffentlichkeit verbreitet, dass das die Wahrheit ist. Das kann so nicht gewesen sein. Abgesehen davon, dass das Flugzeug gar nicht die Reichweite gehabt hat, den Eichmann von Buenos Aires nach Dakar und von da aus nach Israel zu bringen. Das wäre vorher ins Meer gefallen, aber das sind eben Fragen, die sich anscheinend niemand stellt. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht gerade sozusagen in Ihrem Sinne entschieden, Sie können die Akten hier in Deutschland einsehen. Waren auch da? Haben Sie denn schon was Neues gefunden? Naja, ich war am Mittwoch in Leipzig, weil die Frist war abgelaufen und da liegen, ich möchte nicht sagen Akten, denn das, was da war, das ist im Wesentlichen so ein Haufen von geschwärzten oder geweisten Akten, Blättern. Daraus ist überhaupt kaum was zu erkennen, vielleicht von den dreieinhalbtausend Blatt sind hundert irgendwie interessant. Und also einiges, was daraus hervorgeht, ist eben genau das Eichmann, als er dann in Haft in Israel saß, anfangen wollte zu reden. Er hat verschiedene Dinge während des Zweiten Weltkrieges ins Spiel gebracht, er hat aber auch Namen genannt. Einmal ging es dann um die Versenkung eines Frachters mit jüdischen Flüchtlingen und es ging aber auch immer wieder um den Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Hans Glopke, die rechte Hand von Konrad Adenauer und Aufsichtschef von Gehlen, also Bundesnachrichtendienst. Und der war ja während des Zweiten Weltkrieges im Reichsinnenministerium, damit auch zeitweise sozusagen Vorgesetzter von Eichmann und der Name fiel auch immer in den Akten. Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das, es gab Interessen von Deutschland, es gab vielleicht auch amerikanische Interessen und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum Sie keine Einsicht in die Akten bekommen? Ja, ich vermute das ganz stark. 1960 war das Jahr, in dem Walter Ulbricht gesamtdeutsche Wahlen in einem entmilitarisierten Deutschland vorgeschlagen hat Und das wäre natürlich mit Leuten wie Hans Glopke oder auch dem vertriebenen Minister Oberländer oder dem Verkehrsminister Seebohm, also das waren alles strenge und stramme Nazis in dem Adenauer-Kabinett nicht zu machen gewesen. Insofern, dass Deutschland in der NATO eingebunden bleibt und sozusagen als Bollwerk gegen den Ostblock fungieren wird, das war natürlich ganz extrem auch im Interesse von Washington. Was versprechen Sie sich jetzt von den Akten? Jetzt haben Sie gerade erst einen Blick reinwerfen können. Was glauben Sie, was steckt da noch drin? Bisher ist sehr wenig Interessantes, was ich habe jetzt in zwei Stunden gestern auf der Geschäftsstelle im Gericht sehen können, aber ich bin mir sicher, auf die Dauer wird das alles rauskommen. Das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass da Akten noch im Spiel sind, die interessante Informationen beinhalten? Ja, nicht nur im Bundesnachrichtendienst, auch in Washington muss noch einiges sein. Apropos, Sie kämpfen ja sozusagen an mehreren Fronten. Das eine in Deutschland ist das eine. Sie waren im August in den USA und wollten da recherchieren, sind am Flughafen festgesetzt und dann abgeschoben worden. Halten Sie das für Zufall, dass das passiert ist oder glauben Sie, da steckt schon auch die Absicht dahinter, Sie an Ihren Recherchen zu hindern? Also ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Ich habe vor meiner Abreise ein sehr klares Auskunftsbegehren sowohl im State Department als auch eben im Bundesarchiv gemacht und Ihnen ganz konkret gesagt, in welchen Akten Sie bitte nachgucken sollen. Ich glaube, an diesen sehr konkreten Fragen haben Sie gemerkt, auf welcher Spur ich bin und das wollten Sie wohl nicht zulassen. Wie erklären Sie sich, dass sowas wie der BND, das Bundeskanzleramt, möglicherweise auch amerikanische Behörden heute gegen ihre Recherchen noch so einen großen Widerstand aufbauen? Damals ist ja das eine, aber wieso heute? Ich glaube, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Einmal ist für Israel nach wie vor der gesamte Fall Eichmann ein sehr sensibles Gebiet. Sie haben ja jahrelang ihr eigenes Märchen von der sogenannten Eichmann-Entführung dazu benutzt, um die Verletzung internationalen Rechts zu legitimieren. Wenn das jetzt alles in dieser Form zusammenbricht, dann stehen die irgendwie schon ziemlich blöde da. Und das Zweite ist, dass der Bundesnachrichtendienst sich ja als einzige deutsche Bundesbehörde strikt weigert, die eigene braune Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir werden, wenn diese Akten rauskommen, werden wir sehr vieles aus den 50er Jahren finden. Die CDU, damals ja Regierungspartei, hat da Dinge getan, die unsäglich sind und die Nähe zu den braunen Kameraden war eben sehr nah. Also das müssen wir einfach mal wissen, das muss mal raus, da müssen Historiker ran und endlich soll mal die Behinderung der Aufarbeitung der Geschichte aufhören. Sagt die Journalistin Gabi Weber. Sie recherchiert seit Jahren die Hintergründe der Eichmann-Entführung.